Soweit unsere Berichterstattung vom Grünpulturnier in Schwärmiss. Das Grünpulturnier in Schwärmiss wird von Radio Schwärmiss gesponsert. Das Dorf beliebte Team, Team Capital Bra, konnte sich nach Verlängerung im Finale der beliebte Wanderpokal, den sog. Schwärmi, nach Hause holen. Yeah! An dieser Stelle nochmal brü-brü an das Team Capital Bra. Aber jetzt zu einer wichtigen Meldung, und zwar zum Wichtigsten, die von der Tür steht. Ja, es ist Weihnacht! Ich freue mich mega drauf, und es würde mich jetzt Wunder nehmen, hier bei Radio Schwärmiss, der Schwärmiss-Rätl, was dir so über Weihnachten denkt. Was denkt ihr über Weihnachten? Freut ihr euch auf das Fest so fest wie ich? Wenn ja, schickt mir eine Sprachnachricht. Und bis es soweit ist und die ersten Sprachnachrichten reintrudeln, kommen wir doch noch zum Radio Schwärmiss-Verkehr. Radio Schwärmiss-Verkehr! Stau hat's wie immer nicht! Ja, aber wir bitten doch den Fahrzeughalter mit dem Skoda Octavia, mit dem Kennzeichen BE 13278, sein Auto vor dem Löwenweg zu parkieren. Rüh du, komm, gib dir einen Ruck! Und oh! Oh, das ist jetzt aber schnell gegangen! Wir haben schon die erste Sprachnachricht! Es ist, wie immer, unsere treueste Zuhörerin, Rebekka, oder wie wir sie in Schwärmiss nennen, das Rebbi aus dem Schrebi. Rebbi, was hast du zu sagen zum bevorstehenden Weihnachtsfest? Ich meine, wieso soll ich den Geburtstag feiern von einem Menschen, den ich nicht kenne und ich feiere nicht einmal meinen eigenen Geburtstag? Und bin ich gezwungen, jedes Jahr irgendwie Geschenke zu kaufen für ein paar Huren Rotzgauffen, die mir nicht einmal «Sally» sagen, da ständig, und mich finanziell für das ruinieren soll? Nein, 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 nein! Das hat nichts mehr mit «löchster Liebe» zu tun! Das ist reiner kalten Kapitalismus! Das ist ein kapitalistischer... Oh, sorry, hier muss ich gut unterbrechen, weil wir haben Breaking News! Breaking News aus dem Bundeshaus! In diesem Moment gibt es gerade eine Pressekonferenz, die uns Weihnachtsfans dort auch interessieren können. Also, hören wir doch mal rein! Direkt ins Bundeshaus vom Radio Schwärmiss! Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist uns nicht leicht gefallen. Und ich möchte betonen, es ist uns nicht leicht gefallen. Aber nach einer mehrstündigen Sitzung hat der Gesamtbundesrat entschieden, Weihnachten ist dieses Jahr abgesagt. Oh, wow, wow! Oh, wow, wow! Das sind also wirklich «Bad News» für Leute wie uns, für Leute wie uns aus Schwärmiss, die Weihnachtsverrückten! Das sind «Bad News» für uns! Das muss ich gleich dreimal leer schlucken! Da fallen mir keine Worte ein. Und darum sage ich, überlassen nicht die Worte euch! Weil so einen dunklen Tag hat es auch uns Wärmiss schon lange nicht mehr gegeben. Ohne Rebenleichterumzug, ohne Glühwein und ohne das jährliche Trottoirleuchte. Und ich sehe, es beschäftigt auch euch! Ich habe schon die erste Sprachnachricht. Sprachnachricht von Silvia, von der seelischen Trümmerfrau aus unserem Sendengebiet. Silvia, was sagst du? Weihnachten ist abgesagt! Hallo zusammen! Geht's für euch! Hörst du, Weihnachten ist zwar abgesagt worden, aber das ist noch langer Grund, den Kopf in den Schnee zu stecken. Dann sagen wir halt nicht Weihnachten, sondern der Nostrum macht gleich ein Fest. Trotz der «Bad News» wünsche ich allen meine Hörerinnen und Hörer von Radio Schwärmiss einen positiven Tag! Tschüss zusammen! Ah, merci Silvia! Positiven Tag! Das können wir brauchen! Wir Schwärmisser Weihnachtsfans! Oh! Da kommt schon die nächste Nachricht! Hören wir doch einfach mal rein! Salut zusammen! Leute hier von Bern, Bethlehem! Mein Name ist Jesus! Meine Kollegen sagen mir Jesu! Aber wisst ihr was meine Kollegen mir nicht sagen? Happy Birthday! Ja, es ist nicht das beste Gefühl, wenn man die Pressekonferenz muss anhören, wie einem sie Geburtstag abgesagt worden ist. Ah! Ich will es ja nicht dramatisch tun, oder so. Sagt nur meinen Geburtstag ab, ist ja gut. Ist ja nicht so, dass ihr mir schuld unterstehen. Nein! Nein, nein! Ist ja gut! So, ich muss gehen, ich habe noch Fischstäbchen im Backhofen. Tschüss! Oh! Oh! Jesus! Jesus! Danke für deine Sprachnachricht! Ich wusste nicht, dass unser Sendegebiet so wie ... Und jetzt kommen wir schon! Die nächste Nachricht, das Telefon läuft heiss, schwer mich scheint, den Puls der Zeit zu liegen. Hören wir rein, weil es hier noch spannend ist! Rein, rein, rein! Rein tröpfen! Hoi, Reto! Hier ist Jeffrey! Meine Freunde nennen mich Jeff Bezos. Du hörst rasch wegen dem abgesagten Weihnachtsfest! Das ist ein absoluter Supergau! Nein! Das geht nicht! Ja, das geht nicht! Mir zu Hause stapelt sich die Rücksendung bis an die Decke hoch! Nein! Ich meine, das ist absoluter Wahnsinn! Der Jeff Bezos! Der Jeff Bezos! Der Chef von Amazon! Oder wie mir schwer müsste er sagen, der moderne Weihnachtsmann! Aber warum kann der Schweizerdeutsch? Warum, dass ich Schweizerdeutsch rede? Ja, ich kann alles! Ich bin der Jeff Bezos! Hey! Land of the free! Der reichste Mann der Welt! Ich bin überall! Wow! Der Jeff Bezos! Wow! Aber jetzt sag mal, Jeffrey, wenn ich dich schon mal fragen kann, wenn ich deine Gelegenheit habe, sag, wie würdest du hier Weihnachten feiern? Wie wird der Jeff Bezos Weihnachten feiern? Ich feier keine Weihnachten! Ich bin Reptiloid! Ja, nein! Ich treffe mich mit den anderen Echsenmenschen und wir tanzen im Kreis! Und trinken Adrenochrome und werden wieder Zwölfe! Das ist geil! Ja, genau! Lieber Jeffrey, geil ist das richtige Wort! Weil geil ist auch, dass dir, liebe Hörerinnen und Hörer vom Radioschwärmys so zahlreiche Nachrichten einschicken! Und es kommt schon wieder eine neue Nachricht! Ah, ich sehe die Nummer! Eine Nummer sehe ich es! Es ist! Eine treue Zuhörerin immer noch! Und unsere ehemalige Wetterfähe! Und bitte! Ja, grüße! Das ist die Uriella! Also ich und mein Gott, wir sind sehr fest traurig und entsetzt! Wie sollen wir jetzt an Jesus erklären, dass sein Geburtstagsfest abgesagt ist? Er hat schon zwölf Jungen eingeladen zum Spielen! Und die wären gekommen, wissen Sie! Ah, jetzt kommt noch Maria! Sie möchte auch noch gleich etwas sagen! Moment! Und meine Brunseli sind verbrannt! Und... Merci viel, viel mal! Was für ein Name für das Radio Schwärmys! So viel Hochkaräter in den Sprachnachrichten! Fantastisch! Und... Noch etwas! Ein Highlight für mich selber! Und für alle Schwärmyser sicher auch! Eine neue Nachricht! Bitte! Guten Abend! Herr Rudolf Steineriehe! Und noch mit einem Kommentar! Kein Weihnachten dieses Jahr! Naja, irgendwie war es ja absehbar! Ich muss sagen, wir spielen jetzt nicht so eine Rolle! Ich bin jetzt auch gleichzeitig! Über 100 Jahre tot! Für die Kinder tut es mir leid! Ich meine... Für die Jugend von heute ist es schon schwierig genug, 16 Stunden pro Tag in der Fabrik zu arbeiten! Oder den ganzen Tag lang am Feind in ihrem Schützengraben Schlämpelchen anzutanzen! Aber ja, das müssen sie auch durch! Ist irgendwie auch ganzheitlich! Merci! Merci auch für diesen eigenwilligen Beitrag dem Anthroposoph, dem Menschenfreund und meinem Vorbild dem Rudolf Steiner! Ich kann es... Ich kann es kaum fassen! Was für einen Nachmittag für Radio Schwärmis! So viele gute Sprachnachrichten! Schaut! Wegen dem! Wegen solchen Momenten! Wegen solchen Augenblicken! Wo das Sendengebiet alle Grenzen sprengt! Mache ich Radio! Wegen genau dem! Und eins ist sicher! Der Retou von Schwärmis ist schon nächstes Jahr für euch da! Und jetzt zum Schluss noch eine letzte Sprachnachricht und dann sind wir durch! Tschüss aus Schwärmis! Kann ich noch... Kann ich noch... Kann ich noch jemanden grüessen zum Schluss? Wann ne? Kann ich wenigstens ein Lied wünschen? Das schon! Also ich wünsche mir ja von der Kelly Family Children of Kosovo! Ein absoluter Hit! Ein super Hit! Ja! Muss gespielt werden! An jeder Weihnachten! Hä? Ja! Also ich wünsche dir ja! Ja! Einen schönen Abend! Ciao zäme!